Servus Bratsche, einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass du dir Zeit für unser Interview nimmst. Hallo Gabriele, schön, dass du mich eingeladen hast zu deinem Interview heute. Ich freue mich schon ganz herzlich drauf. Die JA, die junge Alternative, wurde vom Verfassungsschutz kürzlich als nachweislich rechtsextrem betitelt. Was sagst du dazu? Also erstmal muss man wissen, dass der Verfassungsschutz zu 100% dem jeweiligen Innenministerium untersteht. Also auf Bundesebene der Frau Faeser und auf bayerischer Ebene Herrn Herrmann. So, die Frau Faeser, die ja gleichzeitig als Ministerpräsidentin für Hessen kandidiert, versucht natürlich die AfD schlecht dastehen zu lassen. Denn in Hessen, sowie auch in Bayern, ist die AfD nach Umfragewerten zweistellig. Da gehört sie auch hin, vielleicht sogar noch etwas mehr, aber das werden wir am Endspurt des Wahlkampfs sehen. Und wie schon gesagt, weder eine Frau Faeser noch Herr Herrmann kann uns mit Argumenten schlagen oder argumentativ schlagen. Jetzt schlagen sie halt mit der Verfassungsschutzkeule. Zuerst haben sie uns ignoriert, dann kam die Nazikeule, dann kam Rechtspopulist, dann kam keine Ahnung welche Worte alles. Und jetzt kommt nicht nur der Verfassungsschutz als angeblich letztes scharfe Schwert. Aber auch die Bevölkerung merkt schon, dass das nicht rechtens ist, was das jeweilige Innenministerium davon sich gibt. Also auch in der Sache bin ich mir ziemlich sicher, dass nichts dabei rauskommt. Genauso wenig wie mit der Beobachtung der AfD Bayern. Super, sie haben jetzt zwar vor Gericht gewonnen und die Presse hat es groß verteilt, aber was dürfen sie tun? Sie dürfen öffentlich zugängliche Daten auswerten. Das dürften sie auch ohne Gerichtsverhandlung und ohne, dass es die Presse irgendwie groß vertreiben muss. Also nein, ich als Landesvorsitzender der AfD Bayern stehe ganz klar zur AfD Bayern und auch ganz klar zur JA Bayern und auch zur JA im Bund. Und ich sehe damit keine Probleme. Warum sollten die Bürger Herr Wendehals, Markus Söder auf gar keinen Fall mehr wählen? Naja, er ist wieder, ich möchte jetzt nicht sagen Lügen, er Lügen ist vielleicht ein bisschen falsch, aber Wendehals, du hast es gerade gesagt, Wendehals ist vielleicht der richtige Ausdruck. Ich kann mich noch erinnern, 2011, als er mit der grünen Krawatte damals als Umweltminister gepöbelt hat, wenn zum 31.12.2022 die Kernkraftwerke nicht abgeschaltet werden, dann tritt er hier sofort zurück und jetzt spielt er einen auf lustig und sagt, ja, die Kernkraftwerke müssen weiterlaufen, wir brauchen in Bayern extra ein Kernkraftwerk. Also der belügt in dem Fall zum Beispiel die Wähler. In einem anderen Fall, vor dem letzten Landtagswahlkampf hat er von seiner Grenzschutzpolizei gesprochen. Er wusste damals ganz genau und er weiß auch heute ganz genau, dass es nicht rechtens ist, was er damals versprochen hat. Und eine Grenzschutzpolizei, die drei Kilometer, vier Kilometer, fünf Kilometer im eigenen Land kontrolliert, ist keine Grenzschutzpolizei, sondern das ist mehr oder weniger irgendeine Polizei, die irgendwas anguckt und mit 200 Mann, die er damals eingestellt hat, ich weiß nicht, wollt ihr einen Grenzübergang kontrollieren oder was wollt ihr denn machen damit? Also auch so eine momentane Lüge, die er von sich gegeben hat, weil das ist eine Lüge, er hat es besser gewusst, als wie er es behauptet hat und da gibt es sehr, sehr viele solche Themen. Migration ist auch ein solches Thema, er schimpft immer zwecks der Abschiebung. Abschiebung ist übrigens Ländersache. Googelt einmal, wie weit da Bayern hinten ist unter den 16 Bundesländern, unter den angeblichen Söder, sind wir nämlich im hinteren Drittel mit Abschiebungen. Also es könnte Söder selbst machen, es könnte Aiwanger selbst machen, das machen sie nicht. Und jetzt kommt er mit dem Wolf daher und will die Bauern angeblich unterstützen. Vorher hat er rettete Bienen gemacht, hat irgendein Landwirt eine Unterstützung bekommen mit dem Südostlink oder mit dem Südlink. Da gab es keine einzige Unterstützung. Oder mit den Donaubollern gab es nicht eine einzige Unterstützung, jetzt wo es zum Wahlkampf geht. Jetzt würde er auf einmal daherkommen und würde die Bauern unterstützen. Also er ist halt einfach ein richtiger, wie du schon gesagt hast, Wendehals und versucht halt, die Leute mit schönen Reden zu überzeugen, dass sie ihn wieder wählen sollen. Aber ich bin fest überzeugt davon, dass der Wähler nicht so dumm ist und glaubt an Söder noch ein Wort. Habecks Kleinstrukturen. Was ist da gerade los in Berlin? Na ja, der Habeck hat halt verschwägerte Leute, verheiratete Leute, seinen Trauzeugen und wie auch immer alles eingestellt. Hat eine Ehrung bekommen von seinem Bruder, den er da irgendwo untergebracht hat in einer NGO oder in irgendeiner Stiftung. Also das ist halt, hat ein Geschmäckle. Aber das größere Geschmäckle ist ja das, dass sich die CSU darüber aufregt. Genau die CSU, die damals ihre EM-Frauen eingestellt hat, ihre Kinder eingestellt hat und mit ihren Steuern, Geldern bezahlt hat. Das ist wieder so ein blindes Manöver unserer angeblichen so wertekonservativen CSU. Entschuldigung, das wertekonservativ können Sie vergessen. Die CSU überholt mittlerweile die Grünen links. Also genau die regen sich auf, die eigentlich dasselbe gemacht haben. Die dürfen sich überhaupt nicht aufregen. Wenn, dann ist die AfD die einzige Fraktion, die sich über das Thema aufregen darf. Wir versuchen das ordnungsgemäß alles zu machen. Es gibt immer was, was du nicht hundertprozentig weißt, wo vielleicht einmal ein Fehler passieren kann. Aber Habeck oder Habecks Ministerium oder auch damals die CSU oder auch die CDU haben das bewusst so gemacht. Und das finde ich für eine Frechheit, wenn Steuergelder so verschwendet werden, damit man seine eigene Familie bereichert. Und das wird am 8. Oktober der Wähler hoffentlich quittieren. Warum ist es problematisch von der Politik, bezahlte Journalisten natürlich auch für die Demokratie in Deutschland einzusetzen? Naja, also wir haben da den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja angeblich über den Dingen steht und frei berichtet. Muss ich sagen, wenn er frei berichten würde, dann hätte man auch einen Anteil von 10% AfD-Politikern in allen Sendungen. Das sollten wir ja leider nicht haben, wie Sie alle wissen. Aber wir hatten zum Beispiel ein Interview mit dem Kanzler. Naja, die gute Journalistin stellt natürlich keine kritischen Fragen, wenn sie für das Interview, das, keine Ahnung, 20 Minuten gedauert hat, 4.500 Euro dafür bekommt. Klar, die Hand, die mich füttert, die beiß ich nicht. Aber es ist verwerflich, A, von der Politik, dass ich Journalisten bezahle und B, von den Journalisten, die sich als ja so frei und so unabhängig geben, Geld annehmen von Politikern, damit sie für die arbeiten. Also entweder bin ich freier Journalist oder bin Journalist in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da mache ich das. Oder ich lasse mich bezahlen für eine Dienstleistung, die ich anbiete. Aber beides geht nicht, weil das gefährdet die Demokratie insoweit, dass die Leute den letzten Funken glauben, den sie noch an die GEZ-Medien haben, natürlich auch noch verlieren. Und es ist ja nicht nur im Bund so, jetzt ist es ja mittlerweile auch in Thüringen aufgetaucht. Und ich bin mir da sicher, wenn wir näher nachforschen im Bayerischen Rundfunk oder so, dass vielleicht auch das eine oder andere kommt. Weil auch da hat man schon Intendantinnen gehabt, die mit großen Autos sich spazieren fahren haben lassen, auch zu privaten Veranstaltungen. Also wenn man da tiefer bohrt, sieht man mit Sicherheit auch, wo ihre Steuergelder bzw. auch ihre Rundfunkbeiträge hingehen. Und das wird mit der AfD ein Ende haben. Wie siehst du die Erfolgschancen von Söders Anzeige gegen Herrn Gerald Groß? Naja, die Anzeige gegen Groß, das war ja eine Lachnummer. Da sieht man wieder, dass das eine Wahlkampfattacke ist. Sie wollten uns irgendwann mal mit Themen schlagen, mit Fakten schlagen. Aber leider können sie das nicht. Jetzt müssen sie halt versuchen, uns irgendwie anders mundtot zu machen, was aber nicht geschehen wird. Und Groß ist uns immer herzlich willkommen in Bayern. Er hat eine vernünftige Rede gehalten. Gut, das eine oder andere Wort würde ich vielleicht selbst nicht verwenden. Aber er ist österreichischer Publizist. Und der Aschermittwoch ist ja gerade dazu da, um solche Sachen aufzudecken, hervorzubringen und auch in Reden unterzubringen. Und deswegen glaube ich, dass da nichts dabei rauskommt. Aber wie gesagt, wir haben dieses Jahr Landtagswahl. Und Söder hat einfach Angst vor der AfD.